Herr Präsident, servus liebe Kolleginnen und Kollegen! Gott zum Gruße, liebe Gäste zu Hause vor dem Fernsehen. Ja, wir alle haben mitbekommen, dass die Zahl der Corona-Infizierten in den Schlachthöfen steigt. An dieser Geschichte sind aber nicht nur die Schlachthöfe die Bösen, so wie es uns da die linke Seite im Plenum weismachen will, sondern die Verantwortung dafür liegt in erster Linie bei der Bundesregierung. Warum? Wir erinnern uns, am 27. März fordert die Bundeslandwirtschaftsministerin in einem Schreiben an den Kanzleramtschef, dass die Gesundheitsämter in Betrieben der Lebensmittelverarbeitung andere Hygiene- und Quarantäneregeln anwenden sollen. Dadurch sollten bei Corona-Ausbruch Betriebsschließungen vermieden werden, damit die Lebensmittelversorgung aufrechterhalten werden kann. Sich jetzt darüber zu wundern, dass die Schlachthöfe sich an diese Vorgabe gehalten haben, das ist einfach nur scheinheitlich, liebe Grünen. Dass ausgerechnet die Grünen diese Aktuelle Stunde beantragt haben, ist ja eher sehr verwunderlich. Die Grünen bejubeln ja bei jeder Gelegenheit die illegale Wirtschaftsmigration, aber verteufeln sie jetzt die legale Arbeitsmigration. Das mag ich jetzt verstehen, wer mag. Sind sie jetzt plötzlich nicht mehr für die vielgepriesene Arbeitnehmerfreizügigkeit der EU, so wie es der Ostendorf gerade angesprochen hat. Aber falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, liebe Grünen, es gibt auch Schlachthöfe in dem grün regierten Baden-Württemberg. Kümmern Sie einer lieber darum und halten Sie hier etwas die Füße still. Warum werden denn überhaupt günstige osteuropäische Arbeitskräfte in Schlachthäufen als Erntehelfer, als Pflegekräfte, als Bauarbeiter und so weiter und so fort bei uns beschäftigt? Glauben Sie mir es? Ich würde mir wünschen, wenn es nicht so sein müsste. Aber das sind doch die Früchte Ihrer Politik der letzten Jahrzehnte. Und da nehmen wir alle ins Boot. Das eigentliche Problem, dass unsere Tierhalter und auch die Schlachthöfe dazu gezwungen werden, mit dem niedrigen Weltmarktpreis zu konkurrieren. Sie haben gar keine andere Wahl, als ihre Produktion zu erhöhen und dadurch ihre Stückkosten zu senken, um wettbewerbsfähig und wirtschaftlich zu bleiben. Die Betriebe müssen also immer größer werden und immer kostengünstiger produzieren. Also Wachse oder Weiche heißt die Parole. Verstärkt wird dieser Konzentrationsprozess durch immer neue Freihandelsabkommen für Lebensmittelbilligimporte, wie beispielsweise das Mercosur-Abkommen. Dazu verabschieden die Superbürokraten aus Brüssel in immer kürzeren Abständen stetig steigende Auflagen für die Betriebe. Kleine Betriebe haben bei diesen Kostenzwängen ja überhaupt keine Chance mehr. Sie, meine Damen und Herren der Altparteien, sind verantwortlich für diese Fehlentwicklung. Und wenn Sie hier jetzt wieder mit neuen Verboten und Auflagen gegensteuern wollen, dann werden Sie damit nur erreichen, dass die Tierhaltung, die Schlachtung und die Arbeitnehmer ins Ausland abwandeln. Dort gelten deutlich niedrige Standards für Arbeitnehmer und bei Umwelt- und Tierschutz als hier bei uns im Land. Eine höhere Importabhängigkeit kann nicht der richtige Weg sein, vor allem in Zeiten von Corona. Wir von der Alternative für Deutschland stehen fest hinter dem deutschen Mittelstand. Wir wollen den bäuerlichen Familienbetrieben und Schlachtereien eine wirtschaftliche Perspektive bieten und werden die dafür nötigen Rahmenbedingungen setzen. Wenn wir eines aus der Lockdown-Krise, die Sie verursacht haben, gelernt haben, dann ist es, dass die Regionalität wichtiger ist denn je. Deshalb haben wir bereits letztes Jahr gefordert, das regionale Landwirtschaft und Direktvermarktung zu stärken. Diesen Antrag haben wir aber leider alle Blockparteien hier im Haus abgelehnt. Darin fordern wir unter anderem auch die Förderung der mobilen Schlachtung zum Beispiel. Außerdem haben wir den Abbau von strengeren Zulassungsvorschriften und von hohem Bürokratieaufwand für kleinere Schlachtereien usw. gefordert. Denn es sind ja gerade die kleineren Schlachtereien, die die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze, die dann auch deutsche Leute einstellen, in der Region schaffen. Auch aus Tierschutzsicht sind die kleineren Schlachtereien zu begrüßen, weil die Tiere beispielsweise viel kürzere Strecken zum Schlachter zurücklegen müssen. Liebe Bundesregierung, setzen Sie sich endlich für heimische Familienbetriebe ein, für Tierschutz ein, für Umweltschutz ein. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Nur mit der AfD ist Umweltschutz, Tierschutz und Landwirtschaft möglich, meine Damen und Herren. Ich wünsche einen schönen Tag. Habe die Ehre. Habe die Ehre.